Hallo zusammen, schön, dass du wieder zu einem neuen Tutorial hier auf meinem Kanal eingeschaltet hast. Heute möchte ich dir drei Filter plus einen Behilfsfilter für rasiermesserscharfe Bilder in Lumina AI vorstellen. Ich hoffe, es sind wieder ein paar interessante und neue Informationen für dich mit dabei und wünsche dir viel Spaß mit diesem Video. Das erste, was ich dir zeigen möchte, das ist der Filter, den ich als Behilfsmittel jetzt hier nutzen möchte. Dafür gehe ich in die Rubrik der Wesentlichen, scrolle bis zu meinem Filter Schwarz-Weiß und konvertiere mir das Bild hier in ein Schwarz-Weiß-Bild. Jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, warum? Über die Schwarz-Weiß-Konvertierung kann ich den Schärfegrad des Bildes besser beurteilen. Denn Schärfe entsteht durch Kontrastverstärkung und Kontrastverstärken bedeutet, ich helle die helleren Bereiche auf und die dunklen Bereiche dunkle ich ab. Vereinfachter dargestellt, stell dir eine Linie vor. Die Länge spielt keine Rolle. Die Breite hingegen besteht aus insgesamt sieben Pixel. Das Pixel in der Mitte ist schwarz. Die beiden Pixel, die neben dem schwarzen Pixel liegen, sind dunkelgrau. Und neben den dunklen grauen liegen hellgraue Pixel und ganz außen liegt ein weißes Pixel jeweils. Wenn ich jetzt die Kontrastverstärkung nutze, dann möchte ich ja die hellen Bereiche aufhellen. Also die hellgrauen Pixel werden aufgehellt. Die dunkelgrauen Pixel werden abgedunkelt. Im Idealfall bekomme ich aus den hellgrauen ein weißes Pixel und aus den dunkelgrauen ein schwarzes Pixel. Dadurch entsteht eine Kante und das wirkt im Bild, als würden wir das Bild schärfen. Nichts anderes tun wir auch. Vereinfacht dargestellt. Nur, dass du dir das bildlich vorstellen kannst. Und genau deshalb lässt sich der Schärfegrad in einem schwarz-weiß Bild deutlich besser erkennen, als wenn das Bild in Farbe dargestellt wird. Am Ende werden wir natürlich wieder zurückgehen und werden das Bild dann auch wieder farblich darstellen. Bevor ich jetzt zum ersten Filter komme, möchte ich das Bild noch auf die 100% Ansicht vergrößern. Denn mit 100% oder deutlich höher kann man den Schärfegrad zusätzlich noch besser beurteilen. 100% soll mir jetzt hier aber erstmal reichen. Ich ziehe mir das Bild auch noch passend. Ich möchte die Augen hier beurteilen können. Und ich möchte auch hier diese ganzen kleinen Härchen vom Fell und auch die Poren an der Nase beurteilen. Ich werde natürlich auch während der Bearbeitung jetzt hier immer mal wieder hin und her wechseln. Zwischen der 100% Ansicht und der Bildschirmansicht. Einfach um auch das Gesamtbild beurteilen zu können. Kommen wir aber jetzt zum ersten Filter. Der befindet sich ebenfalls in der Rubrik der Wesentlichen. Und hier muss ich nur zwei Filter nach oben springen und öffne mir den Filter Structure AI. Den Filter Structure AI, den habe ich dir im letzten Tooltime Video schon einmal vorgestellt. Und zwar detailgetreu oder detailgenau. Falls du das Video noch nicht gesehen hast, in der Infocard ist eine Verlinkung dazu. Über den Einstellungsregler Menge habe ich die Möglichkeit, die Details und die Klarheit anzupassen. Das werde ich jetzt mal machen, indem ich den Regler auf das Maximum ziehe. Dafür muss ich das Ganze nach rechts ziehen. Dadurch verstärke ich hier die Struktur. Und ihr seht schon, was ich hier für einen hohen Detailgrad jetzt hier im Bild bekomme. Auch in der Bildschirmansicht sieht man hier wunderbar, wie scharf jetzt hier das gesamte Gesicht bzw. der gesamte Kopf und auch hier die Mähne zu sehen ist. Wenn ich den Filter mal ausmache, vorher und nachher. Das ist schon sehr, sehr extrem und ist natürlich auch deutlich übertrieben. Man könnte natürlich auch hergehen und sagen, alles klar, Menge hier auf 100, fertig ist das Ganze. An dieser Stelle muss ich sagen, gerade bei Tieren, also bei Tierfell oder auch bei Vögeln, bei den Federn, funktioniert der Structure AI wahnsinnig gut. Und muss ich ganz ehrlich sagen, also das ist mir auch schon in Lumina 4 und auch in Lumina 3 aufgefallen, dass Tiere sehr, sehr gut, die Schärfe sehr, sehr gut zu verstärken ist mit dem Strukturfilter oder eben dem Structure AI Filter. Für dieses Bild möchte ich das Ganze natürlich nicht so hoch drehen. Ich würde sagen, hier reicht immer noch so ein Wert zwischen 20 und 25. Auch das bringt immer noch jede Menge Schärfe mit, wenn ich den Filter ausmache, vorher. Und nachher und man sieht das hier wunderbar in diesem Fell, dass hier deutlich an Struktur und an Details dazu kommt. Über den zweiten Regler habe ich noch die Möglichkeit, kleinere Details etwas aggressiver nachzuschärfen. Wenn ich das Ganze hier mal auf 100 hochziehe, dann siehst du auch hier ist das wieder extremst nachgeschärft. Und ja, auch hier möchte ich diesen Regler nicht so hoch stehen lassen. Hier reicht mir tatsächlich so ein Wert von 20 aus. Auch hier einmal der Filter ausgeschaltet, vorher und nachher. Und dann machen wir das Ganze noch in der 100% Ansicht. Der Filter ist jetzt aktiv. Man sieht das jetzt auch. Hier ist deutlich an Schärfe hinzugefügt worden. Und wenn ich den Filter ausmache, dann sieht das Ganze so aus. Besonders gut lässt sich das hier an der Mähne erkennen. Filter an, da ist es. Und Filter wieder aus. Und dann sieht das so aus. Also tatsächlich hier, man bekommt das Gefühl, als wird man jedes kleine einzelne Härchen in der Mähne besonders gut erkennen können. Kommen wir jetzt zum zweiten Filter. Dafür bleibe ich in der Rubrik der wesentlichen Filter und muss hier gerade einmal drei Filter nach unten springen. Und dann befinde ich mich im Filter Details. Hier habe ich die Möglichkeit, die kleinen, die mittleren und auch die großen Details unterschiedlich stark anzupassen. Außerdem befindet sich auch hier der Einstellungsregler für die Schärfe selber. Zusätzlich haben wir hier noch ein paar Einstellungen, bei denen wir die Details noch etwas maskieren bzw. schützen können. Oder aber auch hier die Schärfe nachmaskieren können. Hier gibt es Voreinstellungen. Da können wir auch die Voreinstellungen erst einmal komplett so stehen lassen und das Ganze ignorieren. Wir wollen uns ja hier erst einmal nur mit dem Schärfen befassen. Bei den kleinen Details, wenn ich das jetzt hier nach oben ziehe, auch hier sieht man, das ist natürlich deutlich überschärft. Auch wenn man hier vielleicht erkennt, was hier alles so in den Augen zu sehen ist. Trotzdem bekommen wir hier so einen, ja man sieht das hier vielleicht ganz gut, so einen leichten Grissel ins Bild. Und das möchte ich natürlich nicht haben. Auch bei der Bildschirmansicht im Ganzen, das wirkt einfach nicht wirklich schön. Und hier würde man deutlich erkennen, dass das Bild überschärft ist. Allerdings mit so einem Wert roundabout 20 fahren wir eigentlich hier in diesem Bild schon wirklich gut. Was ich jetzt nochmal machen kann, ich kann den Filter Structure einmal ausschalten. Und dann können wir wirklich nur den Filter Details beurteilen. Ich denke, das ist sogar der bessere Weg und wir sehen hier, wenn ich den Filter ausmache, dann sind wir hier zu Hause. Jetzt ist auch der Structure aus und wenn ich die kleinen Details hier auf 100 hochziehe, dann sieht das immer noch unschön aus. Von daher gehen wir gleich wieder auf den Wert 20. Roundabout passt deutlich besser. Und wenn ich den Filter ausmache, kann man hier trotzdem erkennen, dass hier etwas passiert. Gerade hier unten bei der Nase konnte man das sehr schön sehen. Wenn ich in die 100% Ansicht springe und nach hier unten gehe, sieht man das noch deutlich besser. Filter aus, Filter an. Hier diese ganzen kleinen Poren an der Nase sind jetzt deutlich besser zu erkennen. Ziehen wir das Ganze ein Stück nach unten, dass ich die Augen wieder mit drin habe und warten, bis er jetzt hier fertig ist und kommen zu den mittleren Details. Auch bei den mittleren Details würde ich den Wert nicht zu hoch ziehen. Auch hier, wenn ich es übertreibe, auch da entsteht so ein leichtes Krisseln, was mich einfach stört, was einfach dem Ganzen nicht unbedingt wirklich Sinn gibt. Auch hier vielleicht roundabout 15 bis 20 und auch hier nochmal in der Bildschirmansicht und dann das Ganze Filter aus und Filter an. Und jetzt sehen wir im ganzen Gesicht des Löwen wirkt das Bild jetzt deutlich schärfer. Und in der 100% Ansicht, bin ich mir sicher, wird man das Ganze noch deutlicher erkennen. Filter ist an und Filter ist aus und obwohl das Bild von Haus aus nicht unscharf ist, wirkt das natürlich mit diesem Filter deutlich schärfer. Bei den großen Details würde ich auch hergehen und das Ganze nicht übertreiben. Ich bin immer hier, dass ich mit den kleinen, mittleren und großen Details in etwa auf roundabout 15, 20, 25 irgendwo so in dem Dreh fahre. Ich eigentlich immer ganz gut, wenn ich jetzt mal hier das nach oben ziehe. Auch hier sieht man wieder, dass das einfach nicht wirklich schön wirkt, wenn das so übertrieben detailreich daherkommt. Also auch hier etwas runterfahren, irgendwo zwischen 15 und 20 passt für mich eigentlich immer ganz gut. Auch hier den Filter mal aus, vorher und nachher und das Ganze auch in der Bildschirmansicht. Jetzt ist der Filter da, jetzt ist er aus und das nur mit diesen drei Reglern, was wir jetzt hier für einen wunderschönen hohen Detailgrad hier ins Bild bekommen. Schalte ich jetzt auch noch den Structure hinzu, dann wirkt das Ganze noch schärfer, aber meiner Meinung nach immer noch nicht überschärft. Also mit diesen beiden Reglern oder mit diesen beiden Filtern besser gesagt, kann man hier wirklich sehr, sehr tolle Ergebnisse schon erzeugen. Machen wir den nochmal aus und gehen nochmal hier rein. Was halt wirklich schön wäre, wäre, wenn dieser Schärferegler nicht hier mit drin wäre, weil dann könnte man das Ganze auch voneinander getrennt beurteilen. Ich müsste jetzt diese Regler hier wieder zurücksetzen. Wir merken uns einfach mal 19, 15 und 18. Jetzt ist alles wieder aus und jetzt können wir das Ganze hier mal nur über den Schärferegler nachschärfen. Gehen mal auf 100 und gucken mal. Und auch das wirkt immer noch sehr, sehr scharf und auch eigentlich gar nicht so übertrieben. Aber mit den kleinen, mittleren und großen Details und Schärfen natürlich nicht so extremst. Hier würde ich auch hergehen und würde sagen, da können wir irgendwo zwischen 50 und 60 vielleicht stehen lassen. Wirkt immer noch gut. Der Filter ist jetzt aus und jetzt schalte ich ihn mal dazu und man sieht, dass auch hier wieder Schärfe dazugekommen ist. Gehen wir wieder hier auf die entsprechenden Werte 19, 15 hatte ich gesagt und hier waren wir bei 18, wenn mich nicht alles täuscht. Und jetzt haben wir nur den Detailfilter hier aktiv und das Bild wirkt knackscharf oder wie der Titel des Videos schon sagt, Rasiermesser scharf. Und nun hole ich mir auch noch den Structure dazu und ja, wunderschön, extrem scharf vorher in Farbe und das Ganze jetzt hier in Schwarz-Weiß konvertiert, um einfach den Schärfegrad besser zu beurteilen. Und ich konvertiere das Ganze jetzt auch einfach mal zurück und gucken uns das Ganze mal an. Vorher, nachher, vorher, nachher. Man sieht, ich habe hier schon ein bisschen mehr bearbeitet. Also die Augen sind bearbeitet und einige andere Sachen. Ich habe das Bild hier schon entsprechend angepasst. Der Enhancer ist hier aktiv und auch hier sind die lokalen Masken angepasst. Darüber habe ich die Augen aufgehellt. Wechseln wir wieder zurück in Schwarz-Weiß, denn es gibt noch einen weiteren Filter, den ich dir jetzt zeigen möchte. Dafür muss ich allerdings aus der Rubrik der wesentlichen Filter raus und ganz nach unten in die Professional Filter. Und hier habe ich noch die Möglichkeit, über den Superkontrast das Ganze noch ein bisschen weiter nachzuschärfen. Hier habe ich jetzt insgesamt drei Möglichkeiten, um den Kontrast zu verstärken. Zum einen habe ich den Einstellungsregler Kontrast hervorheben. Dann habe ich hier die Möglichkeit, die Mitteltöne, den Kontrast der Mitteltöne anzupassen. Und ich habe hier auch nochmal die Möglichkeit, die Schatten separat anzupassen. Außerdem habe ich hier noch dreimal die Möglichkeit, die Balance anzupassen. Hier kann ich sagen, ich möchte mehr von den hellen Bereichen abgedunkelt haben oder mehr von den dunklen Bereichen aufgehellt haben. Zu diesem Filter wird es auch wieder ein Tooltime-Video geben. Solltest du also Interesse daran haben, abonniere einfach den Kanal. Im Laufe der Zeit wird dann auch zu diesem Filter ein entsprechendes Video kommen. Den Filter Superkontrast werde ich dir jetzt auch wieder zeigen, indem ich die anderen beiden Filter ausschalte, um das Ganze hier unabhängig voneinander beurteilen zu können. Ich muss allerdings auch hierzu sagen, dass der Superkontrast-Filter nicht unbedingt der beste Filter ist, um Tierportraits hier anzupassen. Das Erste, was ich jetzt machen möchte, ich werde mal den Filter Kontrast hervorheben, hier auf den Wert 100 ziehen. Und jetzt siehst du schon, das Bild wirkt so ein bisschen, ich weiß nicht, so kriegt so eine matte, so eine flaue Wirkung. Natürlich ist das hier mit 100 deutlich zu weit hochgezogen. Wenn wir das Ganze hier etwa roundabout 15 bis 20 stehen lassen, reicht das immer noch vollkommen aus. Auch hier einmal den Filter ausgemacht und wieder eingeschaltet und das Ganze auch nochmal bei 100%. Da kann man das wahrscheinlich etwas besser erkennen, dass man gerade so hier unter den Augen das Gefühl bekommt, dass hier etwas passiert mit dem Filter. Ich mache den Filter aus und jetzt schalte ich ihn wieder dazu und das wirkt so ein bisschen, als würde das etwas abgedunkelt. Das kann ich jetzt natürlich über die Balance hier steuern. Ziehe ich den Regler hier nach links, dann werden mehr von den dunkleren Bereichen aufgehellt. Ziehe ich das Ganze hier nach rechts, werden mehr von den helleren Bereichen abgedunkelt. In dem Fall würde ich aber eher sagen, wir ziehen das Ganze hier ins Negative, also wir hellen von den dunkleren Bereichen mehr auf. Hier würde ich sagen, nehmen wir so einen Wert roundabout 20 und dann können wir auch hier mal ausschalten und nochmal dazu schalten. Und man sieht eine kleine Wirkung eben nicht besonders groß, wie das in den anderen beiden Filtern der Fall war. Und deshalb würde ich hier tatsächlich auch eher sagen, dass die anderen beiden Regler für Tierporträts deutlich besser geeignet sind als der Superkontrast. Der Superkontrast muss ich auch tatsächlich sagen, ist eher so ein Filter, den ich relativ selten nutze, um Schärfe hier mit ins Bild zu bekommen. Aber ich wollte es dir nicht vorenthalten, dass man das auch mit diesem Filter machen kann. Kommen wir zu den Mitteltönen. Die Mitteltöne werde ich auch mal ganz kurz hier richtig hochziehen. Und du siehst, das bringt natürlich schon wieder deutlich mehr Schärfe hier ins Bild. Auch hier würde ich den Regler aber nicht zu hoch drehen. Vielleicht auch roundabout 20 reicht vollkommen aus. Auch hier kann ich wieder gucken, was passiert, wenn ich jetzt hier mehr von den dunkleren Bereichen aufhelle. Oder aber das Ganze andersherum ziehe, mehr von den hellen Bereichen abdunkle. Ja, hier würde ich tatsächlich eher sagen, dass wenn ich die Balance hier nutze, das Ganze eher nach rechts, also von den hellen Bereichen abdunkle. Das wirkt besser. Gucken wir uns mal die Gesamtansicht an. Auch mit den Mitteltönen hier muss ich sagen, irgendwie wirkt der Filter allgemein eher, dass er mir die Schärfe rausnimmt aus dem Bild. Aber ich möchte es jetzt hier auch noch mit dem Regler Schatten dir zeigen, dass man auch da noch hier etwas machen kann. Auch hier würde ich das Ganze nicht übertreiben. Wenn ich es zu hoch ziehe, dann helle ich jetzt die Schatten noch weiter auf. Das wirkt alles jetzt, dass das nur noch ein Grau und ein Weiß ist und muss ich sagen, gefällt mir eigentlich weniger. Hier würde ich sagen, nehmen wir mal den Wert 20 und auch hier mal bei der Balance gucken, was passiert. Hier würde ich auch eher ins Positive gehen. Aber auch hier vielleicht tatsächlich ein bisschen mehr. Hier würde ich vielleicht bei 40 stehen bleiben. Und dann mache ich diesen Filter auch noch mal aus, vorher und nachher. Und jetzt wirkt das Ganze schon mit drei Reglern oder mit allen sechs Reglern hier, die wir jetzt hier angepasst haben, doch schon wieder, als hätten wir Schärfe ins Bild bekommen. Und deshalb habe ich auch diesen Filter jetzt mit dazu genommen und habe das Ganze eben nicht zwei Filter, um Rasiermesser scharfe Bilder zu bekommen, sondern drei Filter für Rasiermesser scharfe Bilder benannt. Denn auch mit dem Superkontrast kann man in anderen Bildbereichen und in anderen Bildern den Schärfegrad anpassen. Ich werde jetzt hochgehen und werde hier in den wesentlichen Filtern auch die Struktur und die Details wieder hinzufügen. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal im Gesamteindruck an, immer noch im Schwarz-Weiß-Bereich. Und ja, kann auch hier nochmal hergehen und kann den Filter jetzt mal im Umkehrschluss ausmachen. Ob das jetzt... Naja doch, man sieht es in Kombination aufgrund dessen, dass wir halt hier die dunkleren Bereiche noch weiter abdunkeln und die helleren Bereiche weiter aufhellen. Denn wirkt das Ganze tatsächlich in Kombination mit den anderen beiden Filtern nochmal einen Ticken schärfer. Auch in der 100% Ansicht wird man das jetzt wahrscheinlich sehr gut sehen können. Nehmen wir wieder den Bereich, der uns wichtig war, die Augenpartien und auch hier unten die Nase mit diesen kleinen Poren. Und jetzt nehme ich den Filter mal raus und wieder dazu. Und gerade sieht man hier, dass wir hier doch die dunkleren Bereiche... Das wirkt tatsächlich in Kombination mit den anderen beiden Filtern deutlich schärfer. Da wir dieses Bild ja nicht in Schwarz-Weiß uns anschauen wollen, sondern in Farbe, werde ich jetzt hier hochgehen und werde meinen Behilfsfilter wieder zurückstellen. Ich werde das Bild also wieder in Farbe darstellen. Und dann lassen wir das einfach mal hier so auf uns wirken. Der Löwe wirkt extrem scharf. Man hat das Gefühl, man ist ganz nah an diesem Tier dran. Das war ich auch, als ich das Bild aufgenommen habe. Entstanden ist es in Südafrika vor vier Jahren. Und zwar waren wir da in so einer Auffangstation für Tiere, die in Gefangenschaft gehalten worden sind. Und dieses Bild hat einen sehr schönen und einen sehr traurigen Hintergrund. Der traurige Hintergrund ist natürlich, dass dieses Tier zur Lebzeit oder ich weiß nicht, ob es noch lebt, dass es eigentlich das ganze Leben in Gefangenschaft verbracht hat. Und dass es eigentlich auch zum Abschuss für Großwildjäger gezüchtet worden ist. Der schöne Hintergrund, die Behörden haben dieses Tier befreit, haben es in diese Auffangstation gebracht. Und dort darf es mit anderen Löwen, mit anderen weiblichen Löwen einen entspannten, einen schönen Lebensabend genießen. Und wir haben uns diese Farm, wo diese Tiere da in dieser Auffangstation sind, angeschaut. Haben dazu die Story erfahren. Und wie gesagt, es ist ein trauriger und auch ein schöner Hintergrund. Und wir konnten sehr, sehr nah an diese Tiere ran. Und dabei ist mir halt auch dieses Bild hier gelungen. Man sieht hier unten auch, dass das natürlich hinter einem Zaun passiert ist. Daher ist hier dieser weiße, fast nicht zu sehende Streifen im Bild. Ich könnte das noch anpassen, aber ich wollte die Nase komplett auf dem Bild drauf haben. Sollte dir das jetzt zu scharf sein, kann man natürlich immer noch hier im Nachgang über lokale Masken das Ganze vielleicht anschauen. Anpassen und sagen, okay, ich möchte die Mähne eben nicht mit von der Schärfe betroffen haben. Vielleicht nur im Structure oder nur in den Details. Oder ich schalte mir eben unten den Superkontrast wieder aus. Da ist natürlich die Möglichkeit gegeben. Ich würde auch grundsätzlich nicht immer alle Filter jetzt hier anwenden. Structure AI und Details kommen bei mir eigentlich immer in der Bildbearbeitung mit dran. Aber der Superkontrast ist ein Filter, den ich sehr, sehr selten nutze. Meine Frage jetzt am Ende des Videos an dich. Welche Filter nutzt du, um die Schärfe anzupassen? Wusstest du, dass du über die Schwarz-Weiß-Konvertierung den Schärfegrad des Bildes besser beurteilen kannst, als wenn das Bild in Farbe dargestellt wird? Das kannst du mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Ich bin am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es waren wieder ein paar interessante und neue Informationen für dich mit dabei. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben dalassen würdest. Ist das jetzt das erste Video, was du dir von mir anschaust? Würde ich mich natürlich riesig darüber freuen, wenn du den Kanal abonnierst und die Infoglocke aktivierst. Jedes Mal, wenn ich dann ein neues Video veröffentliche, bekommst du von YouTube eine Information darüber. Bist du auf den Geschmack gekommen und möchtest auch mit Luminar AI arbeiten, dann schau mal in die Videobeschreibung. Dort habe ich dir einen Link hinterlegt, über den du das Programm beziehen kannst. Das Ganze ist ein Affiliate-Link. Das bedeutet, du musst nicht mehr für das Programm bezahlen. Ich bekomme aber eine kleine Provision von Skylim, wenn du über meinen Link dir das Programm zulegst. Auf die Art und Weise kannst du mich und meine Arbeit hier auf dem Kanal ein klein wenig unterstützen. Außerdem gibt es noch den Rabattcode Björn. Mit diesem Rabattcode kannst du noch mal einen kleinen Betrag auf Luminar AI einsparen. Ich sage Dankeschön. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, du guckst auch mal bei meinen anderen Videos vorbei und wünschst dir einen schönen Tag, einen schönen Abend oder einen guten Morgen. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ich dich im nächsten Video wieder begrüßen darf. Ciao!